Nachdem wir die Fähre nach Schweden genommen haben, heißt es nun, Schweden entdecken. Nach neun Monaten treffen wir dort Saras Eltern wieder und erkunden zusammen den Store Moss Nationalpark. Im Anschluss finden wir einen Traumspot und treten die Reise weiter zu meinem Vater an, wo wir zum ersten Mal mit Rio Rad fahren können und zusammen Mittsommer feiern. Hi, wir sind Tobi, Sarah und Rio. Ende August haben wir unsere Jobs gekündigt und sind seitdem mit unserem 40 Jahre alten Wohnmobiler auf Reisen. Steigt ein und begleitet uns. Erzähl mal. Ja, es war anstrengender als ohne Hund. Also Rio hat nach zwei Stunden unseren Platz als sein Revier markiert. Markiert. Nicht markiert als sein Revier begriffen. Und ja, er verteidigt ja auch unser Auto gegenüber anderen Hunden. Und ab da fand es auch nicht mehr so geil, wenn andere Hunde kamen. Aber dann waren wir oben am Sonnendeck und es war super relaxed. Da waren dann noch zwei andere Hunde. Mit dem einen hat er, also er wollte immer spielen, sie wollte aber nicht. Aber da konnte er sich dann austoben ein bisschen. Ab da war es eigentlich entspannter. Und, aber ich sag mal, ohne das Sonnendeck, das wäre eine lange Fahrt gewesen mit einem jungen Hund, der sehr viel Bewegungsdrang hat. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall froh, dass wir oben waren. Genau, und jetzt sind wir in Schweden gelandet. Und nach, boah, wie lange waren wir jetzt unterwegs? Sechs Stunden? Ja. Knapp über sechs Stunden. Also es ist jetzt elf, laut unseren Unterlagen. Sollten wir um Viertel nach zehn ankommen. Also sieben Stunden. Stimmt, sieben Stunden. Genau, aber wir fahren jetzt dann noch knapp 30 Kilometer zu unserem Nachtstellplatz. Und morgen schaut die Welt dann ganz anders aus. Ausgeschlafen ist für Sarah dann Kaffee. Dann wird Schweden besichtigt, beziehungsweise morgen kommen dann Sarahs Eltern. Ich warte immer noch. Ich bin schon ganz nervös und aufgeregt. Und ich schaue schon die ganze Zeit zur Einfahrt, ob sie kommen. Und bisher kommen sie noch nicht. Aber von der Zeit her, was sind es, wie viele Kilometer von Trelleborg? 30 Kilometer. 30 Kilometer. Müssen wir jetzt schon langsam kommen. Demnächst, ja. Aber sie haben eben gesagt, sie stehen im Stau in Trelleborg selber. Das war das Gute bei uns. Wir waren das letzte Auto auf der Fähre, das rauskam. Vor uns waren schon alle weg. Ja. Standard, dass vor uns alle weg sind. Hallo. 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 Okay, er freut sich schon! Er riecht die Leckerlis! Ist er erst noch kauen? Sitz, Sitz, Sitz! Und was ist die Platz? Platz! Einfach nach unten zeigen! Machst du nur eins? Ich hab nur eins! Platz, Platz, Platz! Wir hatten jetzt gestern Abend einen richtig schönen Abend mit den beiden. Und es war wirklich schön, sie wieder zu sehen. Und jetzt geht es dann für uns zum Storm Moss Nationalpark. Das sind ungefähr 260 Kilometer, die wir jetzt da hinfahren. Und wie ihr gesehen habt, hat sich auch Rio richtig über die beiden gefreut. Und das war echt komisch, das waren jetzt die ersten fremden Personen für ihn, wo er sich direkt gefreut hat, sie zu sehen. Das hatten wir sonst nie, sonst ist er immer sehr schüchtern am Anfang. Und lässt sich auch nicht gerne anfassen. Und da war es komplett anders. Also wir finden es richtig cool, das ist super. Und hat uns auf jeden Fall gefreut. Der Storm Moss Nationalpark ist Südschwedens größtes Moorgebiet. Es gibt verschiedene Parkplätze mit unterschiedlich langen Wanderwegen. Wir entscheiden uns, in der Nähe des Naturrums zu parken und von dort aus zwei Aussichtspunkte zu besuchen. Von diesen hat man gute Chancen, Vögel zu beobachten. Sie sehen uns zur nächsten Mal. die sarah ist jetzt gerade mit ihren eltern noch zu einem anderen aussichtspunkt gegangen ich schone meinen fuß und warte hier im auto bin aber bestens versorgt von katja und helmut und wenn sie wieder da sind essen wir wahrscheinlich abend und morgen geht es dann für uns an einen see hier in der nähe da soll es ziemlich coole plätze geben direkt am wasser zumindest bei anderen saß richtig richtig geil aus und da freuen wir uns auch schon und im anschluss ist jetzt unser plan eigentlich schon dass wir zu meinem vater hochfahren und das weiß er aber noch nicht von seinem glück wir müssen aber fragen ob das dann schon passt genau so der plan für die nächsten tage wir sind jetzt noch immer im stormos nationalpark wir haben jetzt hier geschlafen und gehen zum aussichtspunkt und hoffen natürlich dass wir jetzt heute morgen paar mehr tiere sehen wie gestern ich habe schon wieder den namen von dem vogel vergessen den wir gestern geschaffen ein tana tana auf jeden fall ein relativ großer vogel ja wir blenden ein bild ein auf jeden fall sofern wir ihn nicht sehen beim filmen jetzt also die landschaft hier im stormos nationalpark ist super schön also es ist hier in der seht ihr ja selber den wald im hintergrund er crasht halt jede aufnahme die man macht wir haben unseren spaziergang jetzt zu dem aussichtsturm beendet hier und gehen zurück werden frühstücken zusammenpacken und fahren heute an den stellplatz an einem see und werden da den tag über die see baumeln lassen wir sind hier an unserem nachtplatz angekommen sind heute morgen vom stormos weitergefahren und es ist so traumhaft schön wir haben sonne und wir stehen direkt am see oder am fluss und da führt eine kleine holzbrücke drüber wir waren schon etwas spazieren hier ist irgendwie es stimmt einfach alles es riecht nach kiefern es ist ja einfach traumhaft unbeschreiblich schön und ja echt toll und jetzt kochen wir gerade essen gleich noch zu abend eventuell schmeißen wir noch ein scotty an und machen lagerfeuer darauf und also im scotty ein lagerfeuer und trinkt noch ein glühwein ja der perfekte tag einfach schöner könnte es gar nicht sein so wir haben unseren traum stellplatz gefunden er ist jetzt nicht hier wir sind ein bisschen gegangen weil wir spazieren waren aber es ist direkt an dem fluss und an einem kleinen wanderweg wir stehen da eigentlich nahezu komplett allein schon die ganze zeit es waren vielleicht erst fünf leute da und es ist einfach traumhaft schön also die ganze landschaft hier ist so unglaublich schön ist halt natur pur wir sind ungefähr ich weiß nicht 60 70 kilometer südlich von jönköpping und ja wir können einfach nur sagen die landschaft ist atemberaubend sind halt die richtig schönen wälder du bist alleine am wasser und auch von mücken her hat sich ziemlich in grenzen gehalten außer so kleine kribbelmücken die mich an der stirn gestochen haben und ja hinter uns ich meine das ist nur ein beispiel für ein see hier der direkt dran liegt es ist ja und da drüben ist ein haus am see und das ist so toll das wäre unser haus so toll wie das hier liegt also traumhaft schön und nachher also keine ahnung wahrscheinlich gegen mittag werden wir losfahren zu meinem vater da fahren wir heute jetzt knapp 200 kilometer richtung norden und ja heute abend gibt es dann zusammen lagerfeuer und pizza wahrscheinlich richtig geil ja wir freuen uns auf jeden fall und bis dahin genießen wir jetzt hier noch den vormittag und zeigen euch den platz Sarah für alle die finden dass der partner zu viel energie hat schafft euch ein hund an hat man als partner richtig ruhige zeiten danach so 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 Musik Und jetzt fahren wir zu meinem Vater Musik 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 Was ist das? Ich gehe jetzt mit Rio das erste Mal radeln um ihn auszupowern Mal schauen ob er real akzeptiert Rio Das ist toll Bei meinem Vater haben wir die Möglichkeit das erste Mal Rio beim Radeln mitlaufen zu lassen Nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten war es ab dem Zeitpunkt als Sarah mitlief kein Problem mehr Bingo 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 Musik 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 Um in Schweden hier nicht negativ aufzubeiden, wollen wir uns gut vorbereiten, weil zum Mittsommer in Schweden ist es eigentlich üblich, dass man weiße Klamotten dann heute Abend zur Party trägt und dazu passende Blumengrenze, die man mit Birken und Meigen flechtet, Blumen reinmacht und warum das genauso ist, wissen wir nicht ganz, aber wir dachten, das schaut schön aus und wollte es mal austesten, deswegen probieren wir es gerade. Genau, die Steffi hat einen Kranz, wo ist dein Kranz, Steffi? Das ist mein Kranz. Ein Kranz ist, boah. Ich bin doch schon fertig. Das schaut doch gut aus. Um die Mittsommer Sonnenwende wird in Schweden Mittsommer gefeiert. Frauen und Mädchen tragen bei der Feier einen Blumenkranz im Haar. Das Fest findet jedes Jahr an einem Tag zwischen dem 20. und 26. Juni statt. Das Fest steht dem Volksglauben nach im Zeichen der Liebe. In dieser Nacht sollen Mädchen auf dem Nachhauseweg sieben oder neun Blumen pflücken und unter ihr Kopfkissen legen. Dem alten Glauben nach erscheint ihr dann im Traum ihr zukünftiger Partner. Das war es jetzt auch schon mit dem Video wieder. Da wir aktuell ziemlich in den Vorbereitungen für USA, Kanada sind, ist das Video leider wieder kürzer geworden, weil wir sonst einfach den Vorbereitungen und Arbeiten am Auto nicht hinterherkommen. Deshalb wird es auch die nächsten zwei, drei Male noch kürzer, bevor es dann mit Kanada weitergeht. Wir freuen uns auf jeden Fall mega, sind hier wirklich tief in den Vorbereitungen und ja, wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir freuen uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns kommentiert, ein Like da lasst und uns auch weiterhin begleitet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Nochmal. Was soll ich denn auch sagen? Wir feiern hier Midsommar. Tobi! Gleich hier, das ist die Abdeckklappe von vorne. Wie ihr gesagt habt, dass wir jetzt den Geburtstag hinfahren und dass wir halt schnell wie am Midsommar auch das machen. Okay. Okay.